so einen wunderschönen wir zocken heute united assault ja haben wir schon mal gespielt aber diesmal in der ps5 version und auch dieses mal werden wir natürlich versuchen in einem run die platin zu erspielen und dazu gucken uns als erstes einmal die troffees an denn diesmal gibt es ein paar troffees mehr so wir haben die troffee kill okay wir müssen jemand töten dann wir dürfen sterben dafür werden wir belohnt eine troffee für headshot long range kill okay exfiltrate ist klar dafür müssen wir exfiltrieren destroy okay irgendwas zerstören collect irgendwann einsammeln mili kill ist auch noch wie in der ps4 version dann kommen die ganzen trophäen für die für die städte also für foy recon pow camp cobro neville train yard und v2 dann die zwei trophäen für die für bunker buster einmal betreten einmal entkommen und jetzt die ps5 trophäen story mission 1 bis 6 so das sind die trophäen und sagen wir starten dann mit der mit der bonus kampagne wenn wir die alle durch haben haben wir auf jeden fall schon mal sechs troffees sicher so dass wir mit der steuerung klarkommen okay winter has settled in for a long stay my orders are coming down directly from field marshal montgomery i'm about to weaken the german forces and support the 21st army holding the baston line our men are short on ammo and food and there aren't even enough winter coats to go around every day the odds look worse my first objective is to locate lieutenant powell and build a field camp from which i'll start the operations captain george hart december 1944 so anvisieren die hocke ist dreieck x ist springen sprinten interagieren nachladen waffenrad okay okay good okay good Wir sollen ihm folgen. Okay, machen wir. Sauber. Okay, die 88er sollen wir platt machen. Okay. War halt verbannt. Kann halt sein. Oh, scheiße. Jahrhundert. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Field Camp. War das die erste Mission? Jo, Tatsache. Okay, da müssen wir hin. Also acht Ziele. Richtig? Das sagen sehen wir gleich, ne? Nice. 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 Der ist hinter der Mauer, ne? Kann das sein? Jetzt nicht mehr. Ja. Okay. Nice. Locate and obtain the dossier. Locate and obtain the letter. Okay. 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 Wärme nicht komisch. Jetzt hier. Okay. Ja. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Wie will er mich denn von da hinten sehen? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein. Hä? Okay. 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 Zwei Schuss noch. Eingesammelt. Hier kriegen wir Muni, sehr gut. Und entkommen. Ja, wo ist denn der Punkt? Da. Ja. Ja, wo ist denn der Punkt? Ja, wo ist denn der Punkt? Ich will nur aufpassen, dass hier nicht irgendwo einer wieder in irgendeinem Gebüsch rumlungert. Aber ich behaupte mal, es sieht gut aus. PoV-Camp haben wir fertig. So, die Hälfte haben wir schon. Zumindest von den Bonus-Missionen. All right. You now know they're assembling V2 rockets in this underground factory. We need to destroy it, but not now. Feuer. 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 standards. Feuer. Headshot. Was ist das? Ey, danke. Was ist das? So, dann haben wir den Messerkill nämlich auch schon mal fertig. So, dann haben wir den Messerkill. Was war denn das? Was war denn das? Warte mal, hier vorne ist noch ein Muni. Vier Stück noch. Danke. Ja, mehr als vier, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich zähle sechs. Da ist doch noch einer. Da ist doch. Was ist das? Fertig. So, Trainyard kommt jetzt. Place dynamite. Okay, machen wir es. Warum nicht? Okay. Okay. Coole Sache. Das wird lustig. Okay. 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 Trainyard. Nice. Okay. 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 Der legt sich direkt zu seinem Kollegen. 300 Meter 1 2 3 6 7 9 10 11 11 11 11 12 13 16 16 18 Sehr gut, Trainyard haben wir. So, letzte Story-Mission. V2 Destruction. Ich wusste es. Dass wir Fallschaden erleiden. Okay. 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 Da hält der Kollege auch schon viel aus. Okay. 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 Sind die jetzt alle schon rausgekommen, oder? So, V2. So, das war nämlich hier auf der PS4-Version die letzte Trophäe, die uns fehlte, ne? Weil wir die... Die, äh... Den Bunker hier nicht gefunden haben. So. Nur noch entkommen. 400 Meter. Da oben läuft noch einer rum. Können wir das Auto hier nehmen? Tatsache. Let's go. Let's go. V2 Destruction. So. Dann haben wir das fertig. Neue Meilenstein erreicht. Nächste Trophäenstufe erreicht ihr. Sehr schön. So. Ähm... Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt als erstes noch die Bunker Buster. Play. Okay. So. Hallo? Was ist das? Ja. Oh, so. Oh. Das war's für heute. Oh mein Gott! Das ist eine Farbe von Spunkte. Okay. Oh Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. So, wir brauchen Muni. Hey Leute. Farschen. Farschen. Da war noch einer. Okay. Okay. So. Okay. 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 Yeah. Yeah. Okay. 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 So, dann schalte ich einmal kurz. So, jo, perfekt. So, wir haben 72%. Das ist doch schon mal was. So, einmal sterben. Ich würde sagen, das verwahren wir uns zum Schluss auch. So. Dann brauchen wir Enter. Recon. Recognor. Kobo und Neville. So. Dann spielen wir die normalen Missionen. Die es auch in der PS4-Version gab, so. So, warte mal. Ich lasse das mal hier. Drei Städte fehlen uns also nur noch. Und nur diese, ich sag jetzt mal, Raids gab es auf der PS4-Version. Okay, Angriff. Ja, ja, alles klar. So, da ist Exit. Hallo? Da. Da ist das Artefakt. Okay. Okay. Let's go. Okay. Hier war nur noch einer. Da. 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 Oben war aber auf jeden Fall auch noch einer. Da. Oder zwei. Oder Drei. Perfekt wird verbannt. Nice. Also hier müssen wir das Artefakt holen. Okay. Ach, guck mal, das ist doch hier die, ähm... Die V2... V2-Bunker, ne? Okay. 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 Und da holen wir uns gleich nochmal frische Muni. Kopfschuss. Jo. Da ist es. Na, wie sagen wir jetzt hier direkt den Flattermann? Kommt der näher. Ich habe aber noch Stimmen gehört. Da hinten läuft noch einer. Na, jetzt ist er weg. Da. 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 Können wir nicht wie bei Call of Duty, wie bei Call of Duty über Häuser werfen? Heiz Maul. Scheiße. Okay. Guck mal da. Da war noch einer. Wie weiß das denn, wie viele Granaten haben wir denn am Start hier? Hast du das gehört? Wie weiß das? So. Haben wir alles gecleared. So. 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 War keine Absicht. Idioten. Ja, bleibt mir noch auf der Straße stehen. Kein Thema. Ist doch nicht schlimm. So. Warte mal. Kobro? Kobro brauchen wir. Heiß. So, warte mal. Jetzt sind wir aber schon wieder hier. Wir müssen da lang. Wir gehen zu Fuß. Aber da vorne ist auch noch eine Stadt, ne? Hm. Wir müssen eh in die Richtung. So, hier bin ich. Und da vorne ist ich, ne? Das ist sogar ne Will. Ja, nice. Aber der Panzer schießt jetzt nicht auf uns, ne? Oh, hi! Danke. Perfekt. Was war das? Was war das? Sehr schön. So, play new mission. Okay, locate and obtain the map. Boah, tausend Meter. Okay. Gute Arbeit. Na, wir hätten doch mal im Hauptmenü gucken sollen, ne? Ob wir da irgendwas freigeschaltet haben. So, wenn wir jetzt einen Gegner sehen. Dann soll der uns erstmal töten. Dann kriegen wir nämlich die letzte Trophäe. Dann haben wir erstmal die Platin schon mal safe. Wir hätten doch bestimmt schon irgendeine Startwaffe freigeschaltet haben. Okay. Also... vocalis. Und dann ist das? Oh, never. So. Well. called, you 3. Greasy Gun. Achso. Ja gut, brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja nur eine. Reicht ja. So. Okay. Yo. Geil. So. Warte mal. Da ist die... Ach, da ist die 1. Okay. Dann let's go. Headshot. So, hat der noch eine schöne Waffe für uns? Verband. Auch nur ein Verband. Infame Schweine hier. Joa. Hey Jungs Chillt doch mal So Okay Huh Nice Ja da war aber noch einer ne Ja guck mal da steht er doch Let's go Oh Nehmen wir den Verband Danke Was waren das Hey Ähm Hallo Ja wer ist denn da Oh da hinten ist auch noch einer Danke Ja aber wie Wie soll ich denn da hinkommen Also Hab ich nicht gesehen Ja aber jetzt mal ganz ehrlich Die ist aber ziemlich gut versteckt so ne Wenn du so guckst ne Oder Ja gut jetzt Jetzt siehst du das Und das jetzt weiß Ah geht ja okay Weiter im Text Da läuft schon mal einer Doch mal locker Chiller mal Scheiße So gut wie Ich habe keine Keine Muni mehr What Okay Na ja komm Danke Oh da ist noch einer Oh zwei Ja jetzt kommen sie alle aus ihrer Löcher raus Oh da ist Oh da ist Muni Geil Komm schon Komm schon Oh man Wie viel Granaten habe ich Jawoll Let's go Wo Ah Kleiner Pisa Da war jetzt ein Medipack dabei So 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 Ja Hätten Ja Auto doch nicht zerstören soll, ne? Hätten wir besser mit abhauen können. So. Und von hier sind wir gekommen, richtig? Hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Ich hab dich gesehen. Machst du da ein bisschen pinkeln? Ja, wie kann der mich bemerken? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice! Oh, kein Medi-Pack. 1000 Meter. Vor uns. Eigentlich. Sehr schön. Ja, snipen die D-Max. Da sind auf jeden Fall welche, da halten wir uns aber schön raus. Da läuft auch einer. Da läuft auch einer. Da läuft auch einer. Da läuft auch einer. Wo wir das schön umgehen können, ne? Da ist ein Baum. Oh nein, 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 nein. Ah, schnell weg hier. Bevor sein Kollege kommt. Eieiei, wo müssen wir denn hin? Um, um, um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. So. Wir haben's gesch- fast geschafft. Ich sag lieber nicht geschafft, weil sonst passiert da noch was. Wir sind aber kein Level aufgestiegen, oder? Warte mal, gucken wir mal kurz, ab wann wir was neues freischalten. So. Pistol. Rang 6, die Wellroad. Okay. Oh. Ab Rang 8 kriegen wir das M1. Ab 10. Ab 10. Boah, die Stähne ist ab Rang 30. Okay. Das war halt erstmal so. Es tut. Willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Okay Aha ja Dann tauschen wir doch mal So, 300 Meter Ja, er sieht mich Oh Headshot Oh Gott Keine Ahnung, Muni, ne? Schon wieder hier? Okay Oh, ich seh'n da so schnell Achso, Muni Ja, danke So, der Oh, guck mal, der kommt auch schon Hast du was gehört? Oh Ba-ba-ba-ba-bam Ba-ba-ba-bam Muni Muni Let's go So Jetzt wissen wir ja, wo die Treppe ist, ne? Bist du nur aufpassen, dass hier oben keiner ist, ne? Zack Zack Da, gucken wir, ob das Auto hier ist Dann nehmen wir ja, wo die Auto Hören AU MEEE onn Der ist so stark, der schiebt mich sogar mit dem Auto weg. Nicht schlecht. So, pass auf, nehmen wir den auch noch direkt mit? Und tschüss. Kriegen wir den auch noch? Jawoll. Was ist denn das? Ne. Scheiße. Jetzt haben wir nicht, ich packe jetzt hier fest. Ah. Okay. Wo war denn jetzt der Exfiltrationspunkt? Oh ne, ne? Da. Ja genau, wir wollten ja hier eigentlich hier durch. Ja genau. So. Ja genau. Ja genau. Ja genau. So, der ist noch da drin. So, der ist noch da drin. So, guck mal, da steht einer. So, der ist noch da drin. So, der ist auch schön über das offene Feld zu rennen. So, der ist noch da drin. 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 So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, der ist noch da drin. 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 Vielen Dank.